Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit dem Knaas, der hier ein bisschen in der Gegend rumpallert. Und es ist inzwischen ein bisschen städter geworden. Oh ja, das bist du. Ich glaube, wir müssen hier hin. Nein, das ist da unten. Da, siehst du da. Ich hole es mir hier drin. Ich hole die ganzen Küsten auf. Echt, jetzt muss man hier rüberspringen. Ja, und ich stelle dir vor, da wo ich hinschwingen musste, war ein Stück außerhalb vom Löffel. Okay, warte, hör mal zu. Warte, da fack ich auch hinten drauf. Wie geil ist das denn? Warum? Ich kann noch hinten drauf. Ich kann umsteigen. Ach, ich, ich meine, hier kann man, cool, hier kann man Seiten wechseln. Kann man von rechts nach links gehen. Nee, 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 nee. Ich habe keine Ahnung, wohin müssen, ne? Na, sieht richtig aus. Komm, weiter. Äh, eins ist grad los, eins hat man links gemisst. So, dann kann man zurück. Ja, das ist grad aus. Hui. So, Audiologs finden, alles klar, da hoch. Da oben, oder? Ja, jetzt links. Da drüben? Bei dem, bei dem. Wir werden schon beschossen. Echt jetzt von da ganz hinten. Ich bin drüben beim Auto. Oh ja. Hier drin. Wie kommt man da rein? Wie kommt man da rein? Im Ernst, das machen die Schaden. Wie ekelhaft ist das denn? Spastenviecher. Ja, wir sind 18 und dann wollen was zu melden haben. Zum viel überraschend verhalten aus. Ich verbrachte lediglich 3 Stunden würgend über einen Eimer. Ja, kommen wir weiter. Ich bin wieder hinten drauf. Ich bin cool. Schwieriger rein. Äh, kommen dann die Geschütztümmel bei uns? Ja. Renn. Lauf. Okay. Eins ist fast weg. Dafür schieße ich gerne meinen Raketen einfach drauf. Da ist Iridium rausgekommen. Cool. Lecker. Schmackofatz. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Uh, Trasher. Da kommt ein Blitzcrank. Da kommt ein Blitzcrank. Hier falsche Waffe. Mein Geschützmaster ist hier alle weg. Ich seh's. Hier waren wir schon mal. Keiner mehr da. Anscheinend nicht. Hallo? Doch. Fuß. Kopf. Kopf. Okay. Weißt du, was wir uns hier durchgeimpft haben? Mal kurz die Stimmung. Mal kurz auf. Halb um abnippeln. So. So, komm, Verspasten. Ich seh's. Rechts ist noch einer. Kritisch. Oben. Kritisch. Ich liebe Kritz ins Gesicht. In dein Gesicht. Oh, Leute. Wo? Ach, da kommen die Dicken. Oh, ja. Granaten. Ich brenne. Ich auch. Mach den da vorne weg, warte. Naja. Der da oben hatte mal. Editing müsste rauskommen. Läuft doch. Sirenenklassenmod und schlechte Granaten. Das, was ich will. Ja, wir müssen dann jetzt hier hoch. Hallo, mein... Lieber. Oh, oh, da kommt noch einer. Okay, da machst du's. Was? Ich hab nichts gesagt. Noch ganz höher. Ein bisschen hinten rum. Ah, da geht's weiter. Cool. Nein, da geht's nicht weiter. Da ist einer. Und jetzt hier durchs Stofftuch durch. Weht das bei dir auch mit? Ja. Oh. Geh mit dem Wind. Ich reiß dich in Stücke. Hinter uns. Ja, ja. Hier halten ja nix aus. Noch mehr? Da haben wir es einer. Oh, da treffe ich nicht. Ich kann's höher gleich. Eeeh. Ach, guck an. Noch mehr Genossen. Der brennt jetzt erstmal weg. Ich hab den Fuß getroffen und hab nen Kripp-Treffer gemacht. Natürlich. Fuß ist wie Kopf, ne? Seems legend. Äh. Was? Äh. Die Waffe erinnert mich irgendwie ein bisschen an die aus, aus Unretirement. Oh, ja. Unfass. Oh, 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 da ist ein Constructor. Jawohl. Oh, oh, hauen Sie nahi, junger Mann. Ich geh da mal mein Schiff wieder aufleiden. Ja, ja, mein Geschätz. Von links kommen auch noch welche, ne? Boom, 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 boom. Ich geh halt mal davon hier. Boom, 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 boom. Ist tot. Montiere... Was? Montierer-Demontage? What the fuck? Wuuuuh. Das ist vielchdemoliert. Ich dachte schon. Das war's, äh... Ach, das sind noch mehr. Boom, 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 boom. Loin. Boom, 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 boom. Alter, kommen doch viele, ey. Leck mal, ja, ja. Hallo. Ja, ja, oh ja. Die kennt blaue Waffe. Ja, die ist scheiße. Boah, nur wegen dem verkackten Audiolog, wo ist das jetzt? Ist das jetzt hier oben drauf, oder wo? Und da innen drin? Echt jetzt? Was denn? Da war'n, da war'n Ding davor. Das ist eine Unterhaltung der Ehe von anderen Menschen, sofern man mein Kopfhörer ist. Hier ist noch ein Moni. Das ist ein Moni. Doch, Roland schien das nicht zu stören. Er fragt mich, wieso Jack den Krieger noch nicht zum Leben erweckt hat. Und ich erklärte ihm, dass der Schlüssel erst mit Eridium aufgeladen werden muss, daher Jack ist das nicht zu stören. Ich war völlig verwirrt, weil er mein Verhalten nicht umgekehrt war und habe auch, weil ich ihn nicht ekelhaft fand. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass könnte ich tatsächlich ein Sanctuary leben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als er ist es nicht zu stören. Wir müssen zurück, oder nicht? Wo müssen wir jetzt hin? Ich seh' hier drei Dinger. Ich mach' uns über das Auto. Okay. Auf zum Auto! Ja, Mami. Sag' halt Niple. Ich hab' Mami gesagt, weil ja. Du mit deinen bösen N-Wörtern. Und ich hab' einen kleinen kleinen Erdhügel bremst mich aus. Warte! Warte! Links ist was. Wir müssen schneller reisen anscheinend. Vorher lass' mich Sachen verdicken! Du musst mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Aber hier ist noch was auf dem... Müll... 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 Brauch' ich nicht. So. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück! Auf nach Sanctuary! Oder wollen wir noch andere Missionen machen? Gibt's... Gibt's hier in dem... In dem hier noch... Missionen? Warte, wo sind wir denn hier gerade? Wir sind hier bei... The Highlands. Achso. Jetzt versteh' ich. Da kann man nur reisen mit den ganzen Dingen. Gibt's noch bei The Highlands eine Mission? Ja, eine gibt's noch, aber die ist weiter oben im... Norden. Da? Mach's mal aktiv, bitte ich sie sie nicht. The Fridge. Die ist noch auf der Map. Die muss man erst mal annehmen. Achso. Ach da oben, okay. Ach, Armageddon und mehr heißt die Warte. Wir sind hier, dann müssen wir... Auf nur den Strasse hochfahren. Da kann man sich da nicht irgendwie hin porten. Nee. Kann doch nicht. Dann fahr mal! Niauuu! 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 Die Dinger sind so geil. Niauuu! Ich bin schneller als... Ne, die Dinger sind schneller als du. So will die den Boden berühren. Also wenn ich boost mal. Niauuu! Da ist ein... Ah, okay. Niauuu! Warte, müssen wir jetzt hier schon links? Ne. Ja doch, zu spät. Links hier hart, krass links, krass links. Zurück. Nicht hier runter, nicht hier runter. Wir sterben wir. Der muss dahinter. Ach, weißt du das? Zur Stadt hoch, zur Stadt hoch. Niauuu! Niauuu! Also dann hier so, oder wie? Ja. Hier den Berg hoch, der da hinten. Ich weise wieder den Weg, dahin. Da links und dann rechts. Oder gleich hier rechts. Ist mir wurscht. Aber man muss oben rum fahren. Okay. I've got this. Eingeparkt. Ist ja schön. Merkte, wo wir geparkt haben, ne? Ich weiß, wo wir sind. Wir sind in der Stadt, wo... Wo wir geparkt haben. Ja, du hast... Du hast auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Du bist sowieso abgeschleppt. So warte, hier müssen wir das annehmen. Ne, warte. Hier, hinten. Gibt's hier ein schwarzes Brett. Ja, da. Schwarzes Brett. Armageddon und Stalker, der Stalker. Nehmen wir beides an, oder? Ja. Okay, wir müssen... Wir müssen ne Sendung abholen. Euch in der Hyperion-Familie willkommen zu halten. Gebt nach wegen der Stalker-Attack. Oh, das ist aber ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Zeug an, wohin. So, du musst jetzt den Berg runter. Ja, genau. Hier der Straße folgen. Über die Brücken. Und jetzt fahr mal den Weg jetzt hier links. Scharf links. Ah, zu spät. Hier hinten ist eins. Ja, hier hinten ist auch eins. Ja, da gehen wir da erst zuerst hin. Gehst du hin? Wenn du reinholst, holst du. Okay. Der Zwerg läuft! Oh mein Gott. Ich mach die. Das ist kein... Ich hab mein Geschütz. Ich muss hier hoch. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben, oder so. Das sieht man am Metatharsus. Alter. Wie wärs, wenn du ins Auto reingehst? Jetzt. Haben wir schon fertig? Nein, wir müssen fünf Arme abholen. Und das Auto hat noch 400 HP. Steig ein, du Bongo. Das war gewollt, Alter. Der muss sich regenerieren, du. Irgendwo hier unten, ja. Hol du das hier. Ach so, bist schon ausgestiegen. Ich spring von oben ran. Wir haben noch eine Minute, ne? Für zwei weitere Arme. Renn einfach. Los! Warte. Ich will auf mein Geschütz hin. Hol du den links hier. Hol du den links hier. Ja, ja. Ich fahr weiter. Ich fahr' weiter. Ich fahr' den nächsten. Ist das dann schon letzte? Ja. Nur hoch die zwei. Ach so, mal. Mir kommt wieder Zeit hinzu addiert. Shit. Oh, das ist gut. Das ist ja gar nicht so stressig. Ich hab gedacht, man verliert Zeit. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Oh, shit. Alter, wo bin ich denn jetzt? Im Ernst jetzt? Muss weiterfahren. Hier ist voll die Höhle. Mit voll viel Glück. Knüppelchen. Hast du's? Oh, Gott. Fährt, fahr' du zurück. Ich mach' hier die ganzen Arme auf. Wie Arme, was? Bis du hier oben bist? Äh, die ganzen Knüppelchen. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss ins Auto. Sorry, jetzt müssen wir zu ihm fahren, oder? Ich hab'n Echo gefunden. Oh, shit. Mein Auto ist in die Luft gegangen. Wo müssen wir hin? Wie ist das jetzt die andere Mission angenommen? Wie ist das jetzt die andere Mission angenommen? WTF? Ich mach hier nur so die Beutelchen auf. Echt jetzt? Das scheiß Kackviech hat mich? Friss! Korrosionsschaden! Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wie ich hier rauskomme. Oh shit ey, wieviel kommen denn hier? Ich habe keinen Autos! Henry! Gib mir! Mami! 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 Ach, wie saß jetzt auch die andere Mission angenommen? Ich habe die nicht angenommen. Ich habe einfach da die Vierkipp bekommen. Für die Vorresten. Wo kann man sich denn hier ein Auto holen? Da oben. Ja, klasse. Scheißflücher! Ja, wir holen uns hier oben ein Auto. Oder zwei ist exakt, oder? Hier dann! Ja, ich wollte das sagen. Mami! Hört mal hier bleiben. Mami! 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 Jetzt war ich da auch zum einen Briefkasten, wo der, wo du warst. Weil jetzt sind die Briefkasten ja nur random. Hui! Das kann sein. Die eifrigen Kuriere. So. Ja. Kann ich die jetzt hier gleich wieder annehmen? Jetzt verstehe ich, warum da dein Auto draufgegangen ist. Weil da ein paar Viecher sind? Ein paar große Viecher, ja. Oh, warte, mein Headset. So. Was ist mit deinem Headset? Es ist aufgeladen. Komplett. So, warte. Wo muss ich denn hier hin? Ah, das Geld. Okay, ich muss... Ballast du grad rum, oder was geht da ab? Ja. Pure Liebe. So, die andere Mission kann ich mal abgeben. Wo ist denn das? Ah, hier. Ich habe gerade hochbrisante Waren bei Warnels, Farm Agathon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Wir sind jetzt aufgefressen, oder? Waren wir uns aufgefressen, oder? Ja, warte. Ich muss auch die andere Mission abgeben. So. Waren wir aufgefressen? Waren wir aufgefressen? Waren wir hier aufgefressen? Waren wir aufgefressen? Waren wir aufgefressen? Waren wir aufgefressen? Gehört haben oder so. Und das sieht man am Metatharsus. Ich muss noch mehr mit dem Halt durchlaufen. Shit, 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 ich rutsche vom Auto. Doin, 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 doin. Was ist das hier, das bohnen hier wieder. Super. Doin, doin. Wozschule habe ich. Doin, 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 doin. Wie lange kann hier oben bleiben? Oh shit, oh snap, oh snap, oh, oh. Ah, hier ist es schön. Hier ist es sehr schön. Kann hier runterfallen. Ich bin runtergefallen. Nein. Doin, 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 doin. Sehr schön hier. Da oben ist er. Ganz oben, ja. Da muss die Treppe hochgehen und dann links. Ne, ich bin beim Strand. Da muss die Leiter hoch. Äh, wieso hast du den von oben nicht? Der war auch näher bei dir dran. Die zwei oben habe ich schon. Ich muss denn jetzt noch hin? Ich habe gedacht, du hast schon den in der Höhle gemacht. Den habe ich schon. Aber dann fehlt es noch der oben auf dem Turm. Wieso hast du nicht erst den oben am Turm gemacht, dann wäre ich hier einfach vom... Den habe ich da auch schon. Was ist denn das denn für ein Briefkasten da? Der ist nur irgendwie an der Straße. Ne, der ist nicht an der Straße. Der ist auch wieder oben am Turm. Alter, waren zwei oben? Ne. Ach, hier ist nur einer. Passt schon. Du kommst von da aus nicht hoch, oder? Ah, du bist schon da. Okay. Das war flott. Auf ihn. So. Dann werden wir sehen, ob diese Armageddon kam. Frische Därmchen. Ja, ja, ich bin schon da. Warte. Äh. Ach, man muss hier hinter. Okay. Frische Arme. Lecker. Wie geht? Oder schnell reißen. Wie das aussieht. Ja, ja. Es gibt so einen Spruch von wegen Arm ausreißen, damit man lachen muss. Komm jetzt nicht drauf, aber ich werde bestimmt lachen, weil ich Geld, dass ich damit verdiene. Schöne Mission. Ja. So, ich habe eine ganz höhere Skin-Anpassung und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschalten wirst, wenn es wieder heißt, Let's Play Borderlands 2 mit dem Klaas, der gleich drauf gehen wird und mir, dem Hängerboy. Tschau, Leute. Servus. 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 Das war's. Das war's.